Das vierte Türchen des Adventskalenders und heute ist der zweite Advent und das heißt es gibt eine Animex-Geschichte. Ja, die habe ich mich hier drauf gespeichert und wir starten mit so einer Geschichte, wo man sich halt wieder fragen kann, warum postet jemand das auf Animex? Doch, die geht wie folgt. Wieder ein Weblog-Eintrag und zwar Animex-User hat Burnout. Ich merke wie ich langsam ausbrenne. Dauert sicher nicht lange bis ich komplett Burnout habe. Ich werde antriebslos, bin der Boxsack für meine Kollegen und kann nicht mehr schlafen oder abschalten. Das war der Weblog-Eintrag und ja, warum postet man das auf einer Anime-Seite? Insofern das überhaupt stimmt, wir wissen auf Animex wird ja auch viel. Ist ähnlich so wie Twitter mit sowas, wo man sich immer fragen sollte, ob das überhaupt stimmt. Aber warum poste ich sowas auf Animex? Vor allem, damals, vor einigen Jahren, hätte man noch sagen können, okay, das interessiert ja vielleicht ein paar User, weil sie selbst sowas posten. Nur, und ich glaube der Eintrag war von Anfang des Jahres, Animex ist mittlerweile tot. Also, da ist kaum noch Aktivität los und von daher, ja, er wird also weder bemitleidet noch irgendwas anderes. Da wäre es doch deutlich sinnvoller, dass auf irgendwie eine andere Seite, und ich bin mir sicher, es gibt irgendwelche anderen Seiten, wo man solche Probleme posten kann und wo man dann auch Hilfe bekommt, etc. Und, ich finde es halt immer so faszinierend. Und deshalb ist auch bei jedem Adventskalender eigentlich auch so ein Blog-Eintrag dabei, wo man sich wirklich fragt, ja was hat der auf Animex zu suchen? Also, wirklich, wenn du Hilfe brauchst, dann geh zu einer Seite oder jemanden, der dir helfen kann, aber, ja, nicht auf eine Seite, die angeblich, bzw. die vor vielen, vielen, vielen Jahren tatsächlich mal eine Animex-Manga-Seite war, bevor sie dann immer mehr und mehr vollkommen ist. Und jetzt halt Welly nur noch wie so eine lebende Leiche ist. Wie gesagt, ein paar User gibt es da noch, aber mehr halt auch nicht. Allein für die Blog-Einträge, und das ist auch darum, warum es immer schwerer wird, für den Adventskalender mehr Geschichten zu finden, weil die Blog-Sektion ist halt nicht mehr wirklich so aktiv, also auch nur noch wenig, genauso wie die Umfragen-Sektion. Das Forum, das ist ja schon seit Jahren tot, liegt aber auch daran, dass man es kaum findet. Und, ja, das ist es halt. Aber wieder dieser Eintrag, der muss der Eintrag sein. Dieser war, glaube ich, von Anfang des Jahres oder so. Und, das war die erste Animex-Geschichte für diesen Adventskalender. Wie ihr ja wisst, nächsten Sonntag gibt es dann die nächste. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Türchen wieder. so. Bis zum nächsten Mal.